Die KI von Google ist so komplex, dass kein Wissenschaftler mehr versteht, wie sie eigentlich funktioniert. Natürlich haben die Entwickler einen gruben Plan von der KI. Warum sie aber welche Entscheidung trifft, ist im Einzelfall nicht mehr nachvollziehbar. Die verarbeiteten Datenmengen sind einfach zu gewaltig. Dass die KI allerdings außer Kontrolle gerät, ist eher unwahrscheinlich. Dafür müssten Wissenschaftler eigentlich jetzt schon Anzeichen finden können. Lernkurven einer KI können zwar steil sein, machen aber keine Sprünge. Oder kann uns die KI einfach gut täuschen? Folge für mehr